...spieler oft auch davon lebt, dass er die Bälle verteilt, im Spiel hält. Er kann den Ball nur noch hinterher schauen. Starke Abwehrer blieben ihm bei diesem Turnier erspart und so konnte er durchmarschieren. Aber in die Weltklasse vorgestoßen ist er erst, als er jenseits der 30 war, bzw. sich der 30 ... ... auch ein Werner Schlager, der Österreicher, weit jenseits der 25 erst ab ... ... der allerletzte Wille, der allerletzte Kick, sich zu quälen, sich aufzuopfern ... ... denn die fehlen noch beide, er war noch nie Olympiasie ... ... in der Ballonne waren etwas aggressiver geworden. Noch ein Schlag möchte ich meinen. Große Reichweite natürlich der Weißrusser. Entsprechend kann er an solche ... ... Extrem-Torffsins noch herankommen. Oh! Feuerwerk ein Topspit. Noch nicht 29 ist, wie ich vorhin gesagt habe, aber kurz vor seinem 29. Geburtstag steht, am 17. ... ... auch Krianga ... ... eine dämungslosen Offensive sucht. Das passive Spiel ... ... nicht möglich. ... ... ... ... ... ... Ja, und das ist doch wohl Tischtennis von einem anderen. Hält einfach nur den Schläger dagegen ab und Krianga hat keine Chance. Jetzt hat er ganz große, aber Krianga kommt dann doch mal wieder bei ihm gesehen haben. Das muss er ablegen, wenn er gegen solche Leute gewinnen will. Setzt und kommt unter die letzten acht. Ansonsten, wie gesagt, darauf scheint das Blatt tatsächlich komplett zu wenden. Den ersten zwei, drei Viertel setzen. Und schon wieder kannte. Die Schiedsrichter waren anderer Meinung. Und auch nicht bereit, dass er eine Netschbälle hat gegen Krianga.